Hey ihr Lieben, jetzt ein kleines Dehn-Workout. Heute geht's ins Handgelenk. Und dann fangen wir direkt auf der Matte unten an. Kurzes Workout, das könnt ihr immer dazwischen schieben, wenn ihr mal Zeit habt. Ungefähr 4-5 Minuten, um einfach hier die Stabilität vom Handgelenk zu erhöhen. Und einfach auch bewegt zu werden, weil, wenn man hier stimmt und jetzt hier schon Probleme hat, dann ist das das erste Indiz, dass sie hier stärker werden. Wir gehen mit den Händen unter die Schulter, ziehen die Daumen und die Daumenkopfgelenke nach oben und schieben jetzt hier die Handflächen hoch, die Handflächen tief. Ausatmen hoch, einatmen tief. Daumen und Daumenkopfgelenk bleibt immer in der Luft. Und eure Fingerkopfgelenk bleibt immer am Boden. Ihr geht quasi nur mit der Handfläche und den Handballen nach oben, nach unten. Vielleicht werden sie nicht so hochkommen, wie Vanessa nicht. Ihr probiert, wenn ihr nur bis hier kommt, kommt ihr euch nur bis hier. Für mal Stück für Stück höher zu kommen. Wenn das jetzt einmal ist, könnt ihr auch hier oben die Knie hochlegen. Wenn das jetzt einmal ist. Und dann halten wir hier oben. So weit wie ihr kommt, hochflücken. Sieben, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zehn, eins, absetzen, aufgelassen und hochflücken. Und da hat sie jetzt schon gezeigt, okay, wenn die Kraft im Handgelenk nicht so ist, wie sie mal früher war, dann müsst ihr drei Übungen auf jeden Fall immer machen, wenn ihr an einem Tisch seid. Das hilft euch auf jeden Fall. Jetzt kommt die Mobilität, Handgelenk und Unterarm. Wir drehen einmal die Fingerspitzen zu den Knien, die Daumen nach außen und das soll jeder ohne Probleme schaffen. Ihr steht im Vierfüßestand, die Hüfte ist über den Knien und jetzt gehen wir hier Stück für Stück mit den Händen nach vorne. Natürlich auch nur, wenn eure Fingerspitzen zu den Knien zeigen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt ihr natürlich hier hinten. Und jetzt schieben wir uns hier Stück für Stück mit der Hüfte nach hinten zu den Fersen. Und ihr merkt jetzt ganz deutlich, eure Handgelenke vor der Seite und eure Unterarme. Dann geht ihr Stück für Stück weiter hier nach hinten, so wie es funktioniert. So mobil, wie ihr sagt, ja. Wenn ihr natürlich mehr am Schreibtisch zu tun habt, oder in der Uni, ist es vielleicht hier ein Stückchen vorgeschädigt. Und nicht mehr so mobil, wie es mal war. Wir schieben uns Ganze wieder zurück. Wir drehen erst die eine Hand raus, dann die andere. Wir setzen uns wieder kurz nach hinten. Wir nehmen einmal die Hände zusammen und gehen hier nach links, nach hinten. Weil ihr glaubt, ihr solltet euch eure Handgelenke schon merken. Wir ziehen uns wieder zurück. Oberkörper vor und dringen jetzt die Daumen zu dem Knie. Und die Fingerspitzen nach außen, sodass wir schön hier den Handrücken unten absetzen. So gut, wie es geht, nach unten geht. Umso weiter ihr außen startet, umso einfacher wird es. Umso weiter ihr nach innen geht, umso intensiver wird es. Also hier wieder schön halten, lächeln und atmen. Ihr merkt jetzt die Handgelenksrückseite und euer Unterarm die Oberseite. War das ein Schlüssel? Ja. Die Frage natürlich, spürst du den Sound auch. Und sonst gehen wir noch ein Stückchen enger zusammen. Und dann haben wir noch fünf. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Langsam wieder rausziehen. Erst die eine Hand, dann die andere Hand. Langsam rausziehen. Kurz wieder hintersetzen. Fingerspitzen wieder zusammen, Handgelenk, reiß wieder ganz hinten. Und dann haben wir noch ein Stückchen für heute. Fürs Handgelenk. Und dann seid ihr hier von der Stabilität fast schon durch. Wir setzen jetzt die Fingerspitzen zueinander. Die Handrücken wieder ab. Und gehen jetzt hier langsam tief. Und langsam wieder hoch. Einatmen tief. Ausatmen wieder hoch. So gut wie es im Handgelenk wieder funktioniert. Vielleicht kannst du heute noch nicht bis nach unten gehen. Dann hältst du nur hier. Oder gehst du Stück für Stück in hier bewegen. Und dann halten wir oben. Drei, zwei, eins. Lassen nochmal locker. Komm langsam nochmal nach oben. Fassen wir uns unser rechtes Handgelenk. Und machen wir einmal eine Faust. Und reißen mit der Faust. Unser Handgelenk. Und dann wechseln wir nochmal. Und das macht ihr als Routine im Idealverlauf. Zwo Tage. Ihr merkt schon fünf Minuten. Er hat jeder Zeit für seinen Körper. Und dann verlinken wir euch über Vanessa noch ein kleines anderes Teamworkout. Und dann sehen wir uns dort. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.